Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Der Daniel von Custom Hooker hat ein Video hochgeladen, Oblaco Alternativen. Ich weiß, viele Leute würden gerade gerne ein Oblaco kaufen. Im Moment gibt es leider keine, deswegen fragen sehr, sehr viele Leute nach Oblaco Alternativen. Der Daniel hat wie gesagt ein Video dazu. Mit manchen seiner Empfehlungen stimme ich überein, mit manchen wiederum gar nicht. Welche er sich rausgesucht hat und was ich dazu sage, das klären wir in dem Video. Ich würde sagen Intro und wir hüpfen rein ins Video. Ich habe heute ein ganz, ganz besonderes und viel gefragtes Video für euch. Heute geht es um die Alternativen zum Oblaco M. Viel Spaß mit dem Video. Da sind wir nochmal gespannt. Übrigens neues Intro. Oh lecker. Schau mal, kann man machen. Ja Leute, wirklich eine Frage, die mich in letzter Zeit schon fasst, was heißt schon fasst, sie nervt mich und deswegen mache ich das Video. Ich habe mich hingesetzt, weil im Livestream dauerhaft... Eine Frage, die mich schon fasst, naja was heißt schon fasst, sie nervt mich. ... und auch in den Kommentaren und auf Instagram gefragt wird, wo kriege ich noch einen Oblaco her. Also, gehen wir... Russland. Sorry. ... erstmal auf den Kopf selber ein. Was ist ein Oblaco, beziehungsweise warum ist dieser Oblaco gerade so im Hype? Also erstmal, ein Oblaco ist ein ganz normaler, stinknormaler Funnel aus Russland. Wir haben mittlerweile verschiedene Versionen vom Oblaco. Das sind einmal die Oblaco M, Oblaco S und Oblaco L. Das sind einfach nur die verschiedenen Größen und wir haben mittlerweile... Übrigens, Oblaco S, für mich Schmutz, mag ich gar nicht. Gibt Leute, die ihn feiern, er funktioniert mit Alu, es passt auch irgendwie gerade so in HMD drauf, aber für mich Oblaco S, ich mag ihn nicht. Depot ist mir zu klein, er ist mir zu schwer zu bauen, hast du ein bisschen zu viel Tabak drin, verkackst du dir einen Durchzug. Dann musst du wieder rumspielen, hast du zu wenig Tabak drin, hast du keinen Kontakt, hast du keinen Rauch, hast du keinen Geschmack. Für mich viel zu nervig, für mich Oblaco M, wenn ihr alleine raucht oder den Oblaco L, entweder wenn ihr lange rauchen wollt, mit Kohle nachlegen alleine oder wenn ihr mit Freunden an einer Pfeife raucht, würde ich auch sagen Oblaco L. Den M, wenn ihr mit mehreren Leuten an einer Pfeife raucht, dann hält der auch nur so eine Stunde Pi mal Daumen, je nachdem wie ihr den natürlich baut und so, kann das variieren. Aber das halt so grundlegend schon mal kurz zu den Größen, aber ja, der Oblaco ist ein normaler Funnel. Es gibt Alternativen dazu, nur weil ich den sehr oft rauche und sehr gerne rauche und viele andere Kollegen den sehr oft rauchen und sehr gerne rauchen. Es ist nicht der beste Kopf, es ist ein guter Kopf und es ist ein sehr guter Allrounder und deswegen empfehle ich den auch so oft. Aber es gibt auch andere gute Köpfe, welche der Daniel ausgesucht hat, weiter, weiter, wir gucken weiter. Weil auch die Mono-Colorways, das sind diese komplett eingefärbten Colorways mit dem weißen Depot. Dann haben wir noch die Oblaco Killer Bowl, das ist der Meerlochkopf von Oblaco, auch ein sehr, sehr guter Kopf. Verschiedenste Oblaco-Modelle bekommt ihr auch noch. Allerdings ist momentan... Also, soweit ich weiß, bekommt man gerade genau ein Oblaco-Modell und das ist der S. Und den mag ich nicht. ... der Oblaco M wirklich super gefragt. Woran liegt das? Ja, und ich habe da mehrere Theorien zu. Natürlich auf der einen Seite erstmal die obvieste Theorie. Jeder Reviewer, jeder Instagramer, jeder YouTuber hat so ein Oblaco. Was? Oblaco-Empfehlung? Ich? Nee, nee, eigentlich fast nie. Oblaco raucht damit, die Leute sehen es, die Leute wollen das Ganze kaufen. Gerade jetzt in der Zeit von Corona, wo die ganzen Bars zu sind, die Leute auch daheim anfangen zu rauchen, irgendwann sich ein Pfanne kaufen wollen. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. ...wollen sehen als allererstes bei dem Oblaco. Die meisten Leute in den Oblaco, da spreche ich mich selber nicht von frei. Wir rauchen den auch super oft. Und deswegen ist dieser Funnel einfach auch so super gefragt. Die zweite Variante natürlich auch die Optik. Ich meine, ganz ehrlich, das ist einer der schönsten Funnel, die ich so im Regal habe. Gerade die Mono-Colorways gefallen mir super gut. Und das ist natürlich auch so viele Leute nass. Nicht nur die Mono-Colorways. Es gibt so viele schöne Colorways von Oblaco. Ich habe mittlerweile zehn und es gibt immer noch genug Oblacos, die ich mir noch kaufen möchte. Ich glaube, das sagt schon genug. ...perfekt, so ein Oblaco zu kaufen über einen anderen Funnel. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigsten und vielleicht schon der Kernaussage dieses ganzen Videos. Der Oblaco ist nicht der beste Kopf auf dem Markt. Und das wird vielleicht viele Leute schockieren, aber es gibt super viele alte... ...was? Nicht der beste Kopf. Das ist nicht der beste Kopf. Wow. ...Nativen, die ich euch heute vorstellen will. Also, kurzer Fakt zum Oblaco. Wie gesagt, momentan ist es wirklich super schwierig, an einen Oblaco zu kommen. Aber... Okay, stopp. Okay, stopp. Kurz Pause, ich brauche Kohle. ...wo kriege ich einen Oblaco her? Oder kannst du mir sagen, wo ich einen Oblaco herbekomme? Oder auf welcher Seite gibt es bald wieder Oblacos? Ich arbeite bei keinem Online-Shop. Ich bin kein Lieferant. Ich arbeite... ...auf Trollbasis. Huhu. Ach, scheiße. Das war ja mein falscher Account. Oh, nein. Ich wollte auch mit Shishavik. Ach, Mist. Egal. Egal. Passt. Ich bin auch nicht bei Oblaco in Russland. Sag es nicht dem Daniel. Ich bin nur ein Reviewer, der hier so seine paar Videos aufnimmt. Also, jeder Mensch, der ein bisschen Menschenverstand hat, kann Google benutzen und kann das ganze Ding suchen. Oblaco Mono M eingeben und ihr werdet einen finden. Und wenn ihr keinen findet, dann müsst ihr abwarten. Was ich mittlerweile von... Das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Wenn ihr googelt und ihr findet keinen, wie soll ich dann einen finden? Oder der Daniel? Hä? Nie. Nie. Einfach nie. Was ich von Oblaco mitbekommen habe, ist, und auch von unserem Shop hier in Kaiserslautern, dass die Oblaco-Köpfe circa Mitte September, beziehungsweise auch Anfang September bei den meisten Shops wieder im Lager sind. Das bedeutet, wartet einfach in zwei Wochen, da kriegt ihr Oblakos wieder überall. Ihr müsst da auch nicht draufstürmen und die ganzen Dinge auf Vorrat kaufen, weil, wie gesagt, es gibt super Alternativen zu diesem Kopf und es ist mit Sicherheit nicht der beste. Aber ein sehr guter. 25 Euro, was auch nicht der günstigste Preis ist, wo wir später noch zu kommen, aber das ist erstmal so diese Grundtags zum Oblaco. Warum sage ich, es gibt bessere Pfanne als der Oblaco? Also, Oblaco hat auf jeden Fall ein Riesenproblem und das ist zum einen Bluten. Safe Bluten. Natürlich erstmal momentan die Lieferschwierigkeit, aber zum anderen auch die Glasur. Bei diesen Monocolorways ist das Ganze nicht so tragisch, aber die ganz normalen Oblacos, die eine Glasur einfach nur drumherum haben, haben oft das Problem, dass diese Glasur reißt. Und das ist bei vielen anderen Modellen bzw. anderen Herstellern nicht so. Aber bedenkt auf jeden Fall, auch wenn ihr euch Alternativen kauft oder andere Produkte von Oblaco, alle Glasuren werden irgendwann anfangen zu reißen. Und deswegen hat Oblaco sich mit diesem Mono etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn man hat hier nur eine Glasur im Depot. Außen diese Farbe bzw. dieses Material, was hier drauf ist, ist keine Glasur. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Art Ton, aber komplett eingefärbt. Also wenn ihr so ein Oblaco, einer von mir ist kaputt gegangen und da sieht man ganz klar, da ist eine dicke Glasur im Depot und außenrum ist das komplett gefärbter Ton. Also es ist keine Beschichtung, die auf den Monos drauf ist. Das ist das Material. Die sind wirklich so. Sondern das ist das Material. Das weiß ich, weil der Marvin von Shisha WG, Grüß an dich, mal seinen Oblaco fallen lassen hat und man sieht dann das Innenleben von so einem Ding. Aber das war nicht ich. Nicht ich habe meinen, okay, ich habe auch mal einen Oblaco fallen lassen, das war aber eine normale, andere Geschichte. Es geht um den Mono. Grüße gehen raus, Heiko. Dir leih ich nochmal einen Kopf, Kollege. Ist klar. Leute, ruhig bleiben. Er hat direkt einen neuen bestellt, er hat ihn direkt ersetzt. Alles cool. Heiko, Kuss geht raus. Ja, diese Farbe hier außen ist wirklich komplett massiv. Die ist homogen. Da seht ihr auch drin dann eben das Material. Vielleicht finde ich ein Bild von einem kaputten Oblaco und blende es euch ein. Aber wie gesagt, hier ist nur eine Blase drin. Hätte ich dir schicken können, Daniel. Also bei mir ist ein Oblaco L kaputt gegangen. Das ist der hier. Und da seht ihr, also nicht wundern, da liegt Tabak drin, weil wenn ich Leuten irgendwie einen Kopfbau zeigen will oder so, dann ist das ganz praktisch, wenn man das so sehen kann, wie der Tabak da drin liegt. Und ihr seht, es ist eine sehr, sehr dicke, also das Weiße hier ist die Depot-Glasur und das Orangene ist wirklich durchgängiges Material. Also da ist nicht irgendwie eine Glasur außen drauf oder so, das ist komplett das Material. Also das komplette Material von diesen Monodingern ist gefärbt. Und oben habt ihr diese sehr dicke Schicht für das Depot, für die Glasur vom Depot. So sieht das dann aus. Und das bedeutet, wir haben keine Glasur, die um den Kopf rum geht und Spannungsrisse bilden kann, damit das Ganze anfängt zu bluten, wenn Molasse eintritt. Das heißt nicht, dass die überhaupt nicht anfangen zu bluten, aber auf jeden Fall ist das Risiko ein bisschen geringer, beziehungsweise es dauert einfach länger. Aber jeder Kopf mit einer Glasur wird irgendwann Molasse aufnehmen und anfangen zu bluten. Das stimmt, jeder Kopf könnte irgendwann anfangen zu bluten. Aber bei mir blutet noch kein Mono. Keiner meiner Monos hat bis jetzt angefangen zu bluten, sind alle noch solide. Was meint ihr mit Bluten? Da läuft dann halt Molasse außen am Kopf raus. Also die läuft dann hier raus und so den Kopf runter. Das nennt man Bluten. Das geht natürlich auch nur an die Leute, die wirklich viel rauchen. Also wenn ihr jetzt einmal die Woche den Kopf raucht, werdet ihr mit einem Oblaku wahrscheinlich drei Jahre ohne Probleme zufrieden sein. Ja, nee. Leider. Es gibt auch Oblakos und Leute, bei denen der Oblaku beim dritten Kopf raucht. Also ja und nein. Daniel, es kann natürlich daran liegen, wie oft den Kopf benutzt. Irgendwann fängt wahrscheinlich jeder Kopf mal an zu bluten, wenn das nicht die dickste Glasur des Endlevels ist. Aber bei dem Oblaku kannst du nicht sagen, ja, aber der fängt erst nach 100 Köpfen an zu bluten. Das ist das leider nicht. Aber Leute, an der Stelle nochmal kurz, wenn eure Köpfe bluten, glasierte Köpfe niemals auskochen. Unglasierte Köpfe könntet ihr auskochen, macht meiner Meinung nach aber null Sinn, weil sie eh wieder direkt anfangen zu bluten. Wenn ihr euch einredet, dass ihr da einen Unterschied rausschmeckt, also euren Tonkopf eingeraucht habt, absoluter Bullshit, also kompletter Bullshit. Lasst euch die Augen verbinden, baut in einem neuen Tonkopf einen Kopftraubenminze und in eurem eingerauchten Tonkopf eine Traubenminze. Lasst euch die Augen verbinden, lasst euch die Köpfe anrauchen und wenn ihr dann einen Unterschied rausschmeckt, dann ist es Glück. Es bringt nichts. Du kannst Köpfe nicht einrauchen. Aber die Leute, die irgendwie mindestens einen Kopf am Tag im selben Kopf rauchen, die werden mit Sicherheit schnell oder schon Bekanntheit gemacht haben mit dem Problem von Oblaku. Ja, wir gehen heute durch die Alternativen durch. Wie gesagt, ich kann euch die Köpfe, die ich euch heute zeige, auch nicht versichern, dass ihr die auch alle bekommt. Das ist ja auch noch so ein Ding. Momentan gehen viele auf Alternativen, aber ich will euch auf jeden Fall sagen, dass der Oblaku nicht das Beste auf dem Markt ist und ihr auf jeden Fall auch nach anderen Köpfen Ausschau halten könnt. Ich werde auf jeden Fall auch auf Instagram immer wieder posten, wenn Oblakos irgendwo online sind, beziehungsweise wenn ihr irgendwo welche bekommt. So, wir fangen einfach mal in der Preiskategorie günstig nach. Wenn ich irgendwo rausfinde, dass es Oblakos gibt, sage ich auch immer auf Insta Bescheid. Also Leute, sehr gerne auf Insta vorbeischauen, swg.huka oder den Link unten in der Videobeschreibung beziehungsweise Stream-Beschreibung. Da schreibe ich das auch nochmal rein. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr vorbeischauen. Lasst gerne ein Follower auf Insta da. Wie gesagt, wenn ich irgendwo was weiß, wann Oblakos kommen, wo Oblakos kommen, pipapo. Ich sage euch Bescheid. Und wir schauen uns heute die Köpfe an, die ich so als Alternative aufgelistet habe. Das ist zum einen der Kopf, den ich hier auf der Pfeife habe. Tiny, Kuss, danke. Und zwar ist das die Hukain Twisterball. Also erstmal alle Köpfe, die ich hier heute zeige, sind natürlich für Lotus geeignet, beziehungsweise für Smokebox. Also hier einfach Smokebox drauf und fertig, losrauchen. Ihr könnt aber auch natürlich alle Köpfe, beziehungsweise bis auf einen, mit Alufolie rauchen. Auch den Oblakos gar kein Problem. Hukain Twisterball wird noch ein eigenes Video zu kommen. Ist auf jeden Fall eine super Alternative von Hukain. Ihr bekommt das. Wirklich ein guter Kopf. Leicht flacheres Depot als beim Oblakos. Also muss man ein bisschen mehr aufpassen. Je nachdem, wie viel Tabak man reinpackt. Oder sagen wir mal, der Spielraum zwischen Abstand, Noppen und Vollkontakt ist einfach ein Ticken kleiner. Wenn ihr damit einen guten Kopf bauen könnt, funktioniert auch der Kopf sehr, sehr gut. Und der Twister von Hukain und die Vintage Splashball von Hukain wären da meine Empfehlung, was Hukain-Köpfe angeht, weil die halt super gut mit einer Smokebox funktionieren. Das Ganze für 15 Euro, was ein absolut kranker Preis ist. 10 Euro weniger als in Oblakos. Fassungsvermögen, Tabak ist sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, hier geht noch ein Stück weniger rein als in den Oblakos. Aber Rauchverhalten und so weiter ist beides sehr, sehr gut. Also ich habe mit keinem dieser Köpfe eine schlechtere Rauchentwicklung als mit Oblakos hinbekommen. Von daher nehme ich die auch wirklich als Alternative. Und der Hukain-Twister ist eine sehr, sehr gute Alternative für wenig Geld. Kommen wir zur nächsten Alternative, die sich im Preis einlistet. Und das ist der Mahala InVogue V2. Auch der, ja, kann eine Alternative sein, ist aber auch viel, viel flacher und das Depot ist anders geformt. Und also mit Mahala, wenn ihr gerne Noppenkontakt oder Vollkontakt braucht, jo, der Mahala, sehr nicer Kopf. Vor allem dafür, dass er nur 18 Euro Pi mal Daumen kostet. Wenn ihr den noch bekommt, dann bei somoeurope.com oder .de. Aber, also Alternative für den Oblakos, jein. So, jein. Das Depot ist schon, schon anders. Von Somo und Mahala in der Kooperation. Den bekommt ihr, wie der Name schon sagt, bei Somo auf der Website. Für manchmal sogar unter 15 Euro. Ich glaube, ist so, ich habe mir, also ich hatte zwei. Ich habe einen in Weiß, einen in Schwarz-Weiß und habe mir jetzt nochmal einen bestellt, weil als Somo den Online-Shop umgestellt hat, hatten sie den für 12 Euro im Angebot. Und dafür, Chock, sehr guter Kopf. UVP ist aber 19,90 Euro. Der Mahala InVogue ist ein Kopf, der so ein bisschen hybrid ist zwischen Lotus und Alufolie. Also ein Lotus passt auf jeden Fall drauf und das läuft doch ganz gut. Alufolie-Kopf für mich. Ich weiß, ist ein brasilianischer Kopf. Die Brasilianer rauchen eigentlich eher mit Alufolie. Der Kopf funktioniert aber super, super nice mit HMD. Und Leute, wenn auf irgendeinem Kopf ein HMD draufpasst, dann klatsche ich ja auch ein HMD drauf. Ist einfach so. Wirklich super. Aber ihr könnt das auch super mit Alufolie rauchen. Wir haben ein sehr flaches Depot. Ziemlich genau die Eigenschaft, die auch ein Oblaco hat. Wir haben aber ein besonderes Material. Oblaco hat kein flaches Depot. Oblaco hat ein mittelgroßes Depot, das abgerundet ist. Der Mahala hat ein flaches Depot, ein nicht abgerundetes, relativ flaches Depot. Also die Depots zu vergleichen, das ist nicht der krass verarbeitete Kopf, den es gibt. Aber es ist ein sehr nicer Kopf für wenig Geld. Muss ich, also ich muss dem Daniel recht geben. Auf der anderen Seite, das Depot zu vergleichen ist so, ja dann kannst du halt auch sagen, weiß ich nicht. Eine Mami-Bull ist wie ein Oblaco. Rundes Depot. Wir haben aber ein besonderes Material. Das hier ist nicht wirklich nur Ton, sondern wir haben hier glaube ich ein Keramik-Tongemisch. Was sehr, sehr geil ist von der Hitzeverteilung her. Die Glasur ist wirklich stabil. Und für den Preis ist das ein sehr, sehr geiler Kopf. Für den Preis auf jeden Fall ein sehr guter Kopf. Kann man machen. V2 könnt ihr auch mal schauen. Gibt es auch ohne SOMO in der Kooperation bei vielen anderen Shops. Aber SOMO hatte die auf jeden Fall sehr, sehr lange online. Und die werdet ihr da mit Sicherheit auch noch bekommen. So, als nächstes reihe ich ein. Und ab jetzt, alle Köpfe, die jetzt kommen, haben wir auch schon als perfekten Kopfbau abgedreht. Also könnt ihr auf jeden Fall auch mal in die Kopfbau-Playlist reinschauen, wenn ihr euch die Köpfe näher interessieren. Als nächstes haben wir den ATH-Trawerten. Der ATH-Trawerten als Alternative zum Oblaco. Also jetzt hüpfen wir ja so krass durch die Kategorien an Köpfen. Also da, das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich raus. Das ist keine Alternative zum Oblaco M. Auf keinen Fall. Der Oblaco M hat ein mittelgroßes, abgerundetes Depot, das komplett bis zum Rand geht. Der ATH-Trawerten ist ein sehr tabaksparender Kopf mit einem flachen Depot. Es ist auch abgerundet und er hat eine Lippe für den HMD. Es ist für mich eine komplett andere Kategorie an Köpfen als der Oblaco. Und da muss ich dem Daniel, und Leute, falls das jetzt anders rüberkommt, ich mag den Daniel sehr gerne. Ich lege immer viel Wert auf seine Meinung, aber da muss ich ihm krass widersprechen. Also wenn mich jemand fragen würde, sag mir mal einen Kopf, der ähnlich zum Oblaco M ist, den ich noch kaufen kann. Und dann würde jemand den ATH-Trawerten vorschlagen. Also da bin ich raus. Und das ist ein Funnel, der ein bisschen aus der Reihe rausgeht, aber nur wirklich ein bisschen. Denn wir haben hier ein sehr, sehr sparsames Tabak-Depot mit ca. 10 bis 12 Gramm Tabak. Okay, also sagt er selbst noch. Aber trotzdem, er packt den Kopf dennoch in sein Oblaco M-Alternativen-Video. Und so, ansonsten hättest du auch einfach sagen können, so, gute Köpfe außer Oblaco. Dann ja, safe. Dann kann er mit rein. Der ist ja auch, also der ATH-Trawerten ist auch ein sehr guter Kopf. Die Empfehlung ist nicht unangebracht. Also zu sagen, gönn dir einen ATH-Trawerten, kann man auf jeden Fall machen. Ist ein sehr guter Tabak-sparender Kopf. Nicht ohne Grund habe ich auch den ATH-Trawerten in meinem Kopf-Empfehlungs-Video. Aber es ist keine Oblaco M-Alternative. Auf keinen Fall. Das ist für viele erstmal sehr, sehr wenig Tabak, wenn Oblaco so ca. 18 bis 20 Gramm schluckt. Also da könnt ihr hier auf jeden Fall einiges dran sparen. Aber der Funnel kostet auch 25 Euro. Und ich... Nicht mit Code SWG. Da könnt ihr nämlich bei Shisha-Union für 10% weniger bestellen. Hashtag Werbung. Nee, Spaß beiseite. Falls ihr einen ATH-Trawerten haben wollt, könnt ihr bei Shisha-Union noch bekommen. Und mit Code SWG10 bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Und wie gesagt, der ATH-Trawerten auch in meiner Kopfempfehlungsliste definitiv mit drin. Sehr geiler Kopf. Aber wenn mich jemand fragt, sag mal einen anderen Kopf als Oblaco M, der so ähnlich ist. Nicht der Trawerten. Es ist ein sehr massiver Kopf. Super schwer. Aber einer meiner meistgenutzten Funnel momentan, weil der einfach, wie gesagt, sehr, sehr wenig Tabak verbraucht. Er optisch sehr, sehr geil aussieht. Und ich ihn einfach sehr... Wo er eine wirkliche Alternative ist, ist im Vergleich zur Mami-Bowl von Japona. Die Japona Mami-Bowl hat ein sehr vergleichbares Depot. Allerdings keine Glasur. Kostet 35 Euro. Der ATH-Trawerten sehr nices Schamott-Material. Schöne Colorways und so weiter. Alle Checkboxen abgehakt. Wenn ihr eine Mami-Bowl haben wollt und da keine bekommt oder keine 35 Euro ausgeben wollt, dann gönnt ihr euch den Trawerten. Aber, ja, ich sag's zum hundertsten Mal, der ATH-Trawerten keine Alternative zum Oblaco M. Sehr gerne rauchen. Also ATH-Trawerten. Savage, Kuss geht raus. Danke fürs Abo. Ein krasser Funnel, den ihr für 25 Euro bekommt bei fast jedem Online-Shop. Guckt da auf jeden Fall mal nach, wenn ihr euch ein bisschen sparsamer als den Oblaco was zulegen wollt. So, next up ist ein Kopf, den ich euch vor kurzem erst im perfekten Kopfbau gezeigt habe. Und zwar der Colors Grown. Ja, es gibt einmal den Colors Grown und den Colors Grown Plus. Ja, der wiederum sehr nice Alternative. Tatsächlich, ja. Den Colors Grown, weil der Grown Plus auf jeden Fall ein großes Tabak-Depot hat. Hier der ist, wie gesagt, auch wieder perfekt für den Lotus. Passt natürlich drauf, genauso wie beim ATH. Und wir haben hier ein relativ flaches Depot, wo ca. 20 Gramm Tabak reingeht. Ja, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen mehr, als was in den Oblaco reingeht. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist eine saugute Alternative. 25 Euro kostet euch das Ganze. Colors Grown kriegt ihr bei vielen Online-Shops. Zum Beispiel bei Hooker Black, Elvano. Je nachdem natürlich, was verfügbar ist. Aber das ist eine sehr, sehr geile Alternative zum Oblaco M. Ja, safe. So, und als letztes haben wir direkt zwei Köpfe. Ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar dem Hooker John Ferris. Das ist ein Kopf, der auch wieder hier mit der SOMO-Kooperation entstanden ist. Kriegt ihr aber auch natürlich ohne SOMO-Kooperation. Wir sehen wieder Lippe für den HMD. Depot ist ein kleines bisschen kleiner. Je nachdem, die sind halt wieder handgemacht. Es gibt etwas tiefere, es gibt etwas flachere Depots. Aber da, Alternative zum Oblaco, ja, kann man sagen. Ja, safe. Ist auch ein sehr, sehr guter Kopf, aber auch nicht billig. Die Kooperation ab und zu sogar auch auf Amazon. Ein Kopf, der so eine Kopfbaulippe hat, beziehungsweise so eine Lotuslippe. Ja, das heißt, der Lotus versinkt sich so ein bisschen hier drin. Ja, macht das Ganze ein bisschen sicherer, was den Lotus angeht. Aber im Endeffekt ist das ein sehr, sehr geiler Funnel mit einem Depot circa 20 bis 22 Gramm. Also ein bisschen mehr als der Colors Grown. Ein Funnel mit einer super Verarbeitung, auch wieder super massig. Wir haben hier, wie gesagt, die typische Hooker John Qualität. Ich habe damit schon ewig viele Köpfe geraucht. Und ihr seht vielleicht, da sind ein paar Risse drin in der Glasur, aber der Kopf fängt nicht an zu bluten. Er ist super massig, er raucht sich sehr, sehr geil. Er lässt sich super easy bauen, weil ihr einfach nur diese Schale quasi voll machen müsst. Und das ist wirklich eine klasse Alternative zum Oblaco M. Ja. Zwar nicht super ähnlich von der Form her und so, aber wirklich eine gute Alternative. Also die Ferris Bowl ist auch bei mir oft in den Empfehlungen mit drin. Sehr guter Kopf, kann man auf jeden Fall machen. Hier bei Hooker John ganz normal 27,90 Euro. Kriegt ihr aber auch manchmal günstiger für 25 oder 20 Euro, je nach Sale. So, und die letzte und vielleicht beste und meine Lieblingsalternative zum Oblaco M ist die Hooker John Harmony Bowl. Ja. Ja, die Harmony Bowl oder... Also wenn ihr mich fragt, Harmony Bowl oder Oblaco, was ist besser? Ich würde sogar fast sagen, nee, Harmony Bowl. Ihr wisst es, Leute. Harmony Bowl und Oblaco sind wahrscheinlich die bei mir am meisten benutzten Köpfe. Beide sehr, sehr gut, aber von der Wertigkeit her und von der Verarbeitung her und so weiter, Harmony Bowl vielleicht sogar einen Ticken vorne dran. Also Harmony Bowl wirklich ein absolut geiler Kopf. Oder Retro Harmony Bowl oder Schießmichtodt Harmony Bowl. Name ist komplett egal, denn jeder Harmony Bowl ist handgemacht und die Harmony Bowl ist ein Kopf, der ein sehr, sehr flaches Depot hat. Ähnlich wie Oblaco. Nee. Also sehr, sehr flach ist das Depot von der Harmony in der Regel nicht. Aber es gibt flache Depots. Wie gesagt, Harmony Bowl, die Hukatsch und Köpfe, die sind handgemacht. Ja. Wenn ihr Pech habt, erwischt ihr eins, wo ihr 25 Gramm Tabak reinklatschen müsst, um Noppenkontakt zu rauchen. Wenn ihr Glück habt, erwischt ihr eine Harmony Bowl. In die müssen 20 Gramm rein. Ich habe meine Harmony Bowl vorhin gebaut. Ich habe bei mir 24 Gramm auf leichtem Vollkontakt. Also ganz knapp über Noppenkontakt, also schon wirklich gut voll der Kopf, habe ich 24 Gramm reingepackt. Das ist okay. Das ist okay. Kopfbau bzw. Tabakverbrauch gestaltet sich super ähnlich. Lotus passt natürlich drauf. Alufolie geht auch. Und wir haben hier ein sehr, sehr schönes Depot. Einen sehr, sehr geilen, massigen Ton. Das Ganze raucht sich super klasse. Ich rauche die super gerne momentan. Gerade mit fluffigem Setup. Das heißt zum Beispiel Black Nana fluffig gebaut. Da geht hier ein bisschen mehr rein, weil das Depot ein bisschen tiefer ist als beim Oblaco. Aber das Loch ist auch viel, viel größer. Das heißt, Tabakverbrauch ist wirklich super ähnlich. Und auch die Harmony Bowl, wie gesagt, ist handgemacht. Das bedeutet, ihr könnt mal, wenn ihr Glück habt, eine super flache Harmony Bowl oder eine etwas tiefere, wenn ihr Pech habt. Kuss, danke fürs Abo. Das ist wie gesagt Glückssache. Diese Dinger sind handgemacht. Und das ist für mich die beste Alternative zum Oblaco M. Bereist sich genau wie der Ferris bei 27,90 UVP. Er kriegt den aber auch manchmal günstiger. Harmony Bowls auch da. Guckt auf jeden Fall gerne mal bei SOMO vorbei. Die haben momentan noch welchem Onlineshop. Ich kann euch nicht versichern, ob die immer noch da sind, wenn das Video rauskommt. Aber da ist auf jeden Fall euer erster Ansprechpartner. Ansonsten einfach mal nach allen Köpfen googeln und schauen, was euch so am Herzen liegt, was euch interessiert und wo ihr es bekommt. Also das war das Video vom Daniel zu den Oblaco M-Alternativen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne mal beim Daniel vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gerne da ein Abo dalassen. Oder wenn euch meine Reaction gefallen hat, gerne auch bei mir ein Abo dalassen. Oder ganz wichtig auch einen Daumen nach oben und die Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und ich hoffe, da sehen wir uns dann auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG.